es gibt oder es gab irgendwie ein problem mit der vorherigen aufnahme vom anfang deswegen seht ihr habe ich einfach mir jetzt noch mal kurz hier drangesetzt und noch mal einen anfang für euch zu machen ja also dass ihr euch nicht wundert warum der anfang weg ist es geht einfach weiter so die ersten zehn elf sekunden sind weg aber da habe ich auch noch nicht viel gemacht weil es da irgendwie störung gab also das kann der ganze sound hat praktisch irgendwie der sound einfach falsch ich wünsche euch jetzt noch viel spaß bei dem video haut rein leute und guckt euch das video an würde mich sehr freuen das ist nicht zu laufen so also wir müssen hier Was ist das? Wir müssen da rauf gelangen, um ihn neu zu kalibrieren. Stamm. So. Machen wir hier alles mal kaputt? Weiß der irgendwie. Ich weiß nicht, was wir machen. Ich kann nicht. Das kann man beispielsweise nicht mehr kaputt machen. So, dann schauen wir die Ketten vorhin. So, weil da müssen wir hin. Wir machen die Platz hier noch kaputt. Das war ein Let's Play, wo man eigentlich hier nichts hin sammelt. Aber, ich finde manchmal auch noch kaputt. Dann gehen wir hier einfach hoch. Hallo. Warum lässt er mich nicht hin? Ah, ja. So, gehen wir hier einfach kurz links herum, damit wir hier alles einsam machen. Zack, dann gehen wir hier auch noch mal alles rum. So. So. So, D verwenden. Let's go. Machen wir den nämlich jetzt auf. Was ist das? Ein Bumper. Und der Grund für unsere Eile. Okay. Gut, dann weiter zum Letzten. Luke ist immer noch irgendwo da draußen. So. Jetzt müssen wir nämlich zum Letzten. Das hat er ja davor nicht angezeigt. Das heißt, davor musste ich immer hier zu dieser Kackseilweg. Was ich wahrscheinlich jetzt noch machen muss. Weil er zeigt mir nicht dahin. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit, um mit dir das Abendbrot zu planen, Chewie. Hier draußen ist es eiskalt. Na, also da oben kommt nicht. Wir können nicht alle einen dicken Pelz haben, weißt du? Hast du die Arbeit am Falken abge... Er hat einfach aufgehängt. Ah, ein alter Außenposten. Dort müsste ein Signal... Okay. Also ich bin richtig. Nur letztens komme ich hier nicht weit. Ah, jetzt zeigt er uns den Weg hier. Wir müssen da hoch. Müssen wir hier einfach nur drücken. Das haben wir ja in dem letzten Video auch geschafft. Genau. So. Zack. Jetzt machen wir hier alles mal kaputt. So. Zack. So. In Video. Anni, war mal. Wir müssen irgendetwas jetzt machen, dass wir da rüber kommen. Was muss ich hier mitmachen? Hallo? Danke. So. Ich gebe nur, ich nix machen. Nee, das geht nicht ab. Also ich, es ist schon so, dass man das rein... Nein, man muss es schon hier runter. Ja. Ich weiß noch nicht, was man jetzt da macht. Jetzt gucken wir mal so. Hm? So, da kann man jetzt was bauen. Okay, und jetzt muss ich irgendwie da rüber. Aber hier kommen wir nicht hin. So. So. Und hier mal vier. Nein. Da fallen eh da. Da kann man nur einen Leiter ziehen. Aber warum brauchen wir denn jetzt den Tag Leiter? So. Jetzt check ich nicht, Leute. So. Bis hier check ich schon wieder nicht. Soll ich hier mit diesen Flichern drüber laden? So. So. Sö. So. So. Zeig uns, was wir hier sind. So. Junge. ich weiß wie ich jetzt da oben Leute kann man nur so bedäffert sein weiß jetzt nicht da hochkommen hallo er hat kein Dockenspringen warum geht das nicht aktiviere die drei Signaltüme um die Testfunktionen zu erwerben Junge ich hasse dort, was soll man denn hier weiter? versuch das jetzt mal mitbringen aber das wird auch nix bringen nee das funktioniert nicht ey wofür habe ich das eigentlich hingeschmissen ach so ey Leute Tobi ich bin so behindert also ich habe es ehrlich nicht verstanden aber jetzt weiß ich wie ich darüber komme Junge alter das war jetzt echt ein schweres Gebot ne oh nee davon wechseln die Kraft aus hey das gehört ihr nicht jetzt sei schön brav und gibs wieder her ähm also was keine ahnung was ich hier bauen soll ok das soll ich bauen äh machen so ok jetzt weiß ich wenigstens wieder was ich machen soll hiermit kann ich nix tun ja ich nehm dich recht ich will ja erstmal alles kaputt machen sooo ich nehme das jetzt mal ich nehme das jetzt mal ich nehme ja Moment mal kann ich das jetzt einstecken nein hallo nein sammle alle Minikids in einem Level um keine ahne ok man was kann was kann ich fallen ich will ein Gentleman sein und sie diesen hier besteigen lassen ok damit bin ich dann jetzt anscheinend so ein Dings drauf also ich bin dann ich bin dann wohnen warum mir das echt so angezeigt bedeutet So 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 Endlich. So. 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 Geschafft, Leute. Nach 100 Jahren habe ich diese Kackaufgabe nicht geschafft. Ah, und jetzt kann ich nämlich das fahren gehen, um ihn wieder runter zu kommen. Damit sind alle Türme wieder in Betrieb. Und sieht so aus, als hätten sie Luke bereits erobern können. Worauf warten wir dann noch? Holen wir ihn, bevor das Wetter noch schlimmer wird. Okay, jetzt fahren wir den Signal und ich bin der Luke. Gut. Hä? So, let's go. Ich versuche nach Luke. Let's go nach Luke. Bam, bam, bam. Ah, der ist echt da drin. Ist doch. Oh! 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 Ouch. Luke! Ben! Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Hä? Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein, der Jedi-Meister, der auch mich ausbildete. Ben! Luke! Ben! Ben! Hihi! Alles klar! Es tut so gut, so wieder voll funktionsfähig zu sehen! Danke, 3PO! Oh, Hochallerwürdigste! Sie scheinen es geschafft zu haben, mich doch noch ein bisschen länger hier zu behalten! Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn! Lacht du nur, du Pelzvieh! Prinzessin, wir haben einen Besucher! Du denkst immer nur mit deinem Magen! Ein imperialer Suchtruid! Muss eine Art Detonationsautomatik besessen haben! General, in Sektor 4 nähert sich aus dem Hinterraum eine Flotte von Sternenzerstörern! Alles für einen Bodenangriff vorbereiten! Okay, Leute! Das war's mit dem Video! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, abonnen und kommentare! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, abonnen und kommentare!